Heute kam in FIFA eine Menge Content zu Eredivis, also der niederländischen Liga raus. Hier gibt es ein paar nice Spieleraufgaben, die schauen wir uns in einem anderen Video auf jeden Fall auch an, lass also jetzt gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. In diesem Video geht es jetzt um die SPC zu Savio von PSV Eindhoven. Das Machen oder Lassen Video ist diesmal etwas kürzer gefasst, schreib uns gerne mal in die Kommentare, ob dir das gefällt oder ähnlich. Savio spielt wie gesagt für PSV Eindhoven und kommt aus Brasilien. Er hat 4-stände Skills, 3-stände Reakfoot und die Arbeitsraten Mittel Mittel, die sind jetzt nicht perfekt. Ansonsten hat er den Accelerate Explosive, den man auch nur mit dem Architect zu Controlled machen könnte. Die Werte sehen schon ziemlich stark aus, er hat ein solides Tempo dazu, echt ganz gute Schusswerte, vor allem der Abschlusswert mit 86 ist hier echt stark. Dann kann er auch noch erstaunlich gut passen. Hier sind die Übersicht und der kurze Pass mit 90 überragend. Der Dribbling-Wert an sich ist mit 87, allerdings sind die Werte hier ziemlich schwankend. Balance, Ballkontrolle und der Dribbling-Stat sind richtig stark mit 90 oder sogar darüber. Der Rest ist noch ein bisschen ausbaufähig. Ansonsten ist die Physis jetzt auch nicht seine Stärke. Nice ist, dass sich die Karte ja auch noch weiter upgraden kann. PSV Eindhoven ist gut in die Euroleague-Saison gestartet, ich denke sie werden sich qualifizieren und auch das andere Upgrade könnte Savio bekommen, dann sähe die Karte nun mal richtig nice aus. Beim chemistry style würden wir mit dem Marksman gehen, um auch die Physis noch weiter zu pushen. Für Savio muss man nur ein 83er Team abgeben, das ist richtig top, die SPC kostet ungefähr nur so 15.000. Man hat sogar noch echt lange Zeit, nämlich 100 Tage. Aus der Liga gibt es jetzt auch wegen der Promo ein paar nice Karten aus der Offensive, allerdings aber nichts wirklich auf dem rechten Flügel. Aus Brasilien gibt es hier zwei ähnliche Karten, vor allem mit Rafinha und Anthony. Ansonsten ist aber Savio gerade in der Liga ziemlich was besonderes. Sollte man die SPC also eher machen oder lassen? Heute ist das wie gesagt mal ein kurzes machen oder lassen Video. Im Fazit werde ich mich jetzt auch eher kurz fassen. Dadurch, dass heute noch ihre Devicespieler kamen, ist Savio top zu linken, dazu ist er echt super günstig, hat Top-Werte, kann sich noch weiter upgraden. Wir würden hier auf jeden Fall machen sagen. Was ist deine Meinung? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.